Ja Freunde, willkommen zum heutigen Test. Heute testen wir den Mount Everest, ein wunderschöner Vulkan von Diamond Fireworks. Preislich liegen wir hier bei 1,20 Euro, das Stück, und wir haben eine NEM von 30 Gramm. Gekauft wurde der Vulkan bei Pyroland zu Silvester und als Größenvergleich halte ich jetzt mal meine Hand noch. Nehmen den Vulkan, damit ihr ungefähr seht, wie groß der Vulkan ist. Und da würde ich sagen, sehen wir uns gleich draußen zur Zündung. Macht's gut! So Freunde, jetzt zum Test, wie versprochen, der Mount Everest Vulkan von Diamond Fireworks. 1,29 Euro das Stück. Also für 1,02 Euro das Stück. 1,20 Euro relativ in Ordnung, muss ich mal sagen. Also Freunde, von mir auf jeden Fall eine Kaufempfehlung. Gekauft wurde ja bei Pyroland, wie gesagt für 1,29 Euro. Macht's gut! Ich bin an dased. Waird Orat. BIRD Orat. BIRD Orat. BIRD Orat. WE nog. BIRD Orat. BIRD Orat. BIRD Orat. BIRD